Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Video stelle ich eine Aktie vor, nämlich ETM Power, die im Asset Oszillator enthalten ist. Also ich habe viele Videos und ich habe ein Anlagezertifikat an der Stuttgarter Börse platziert. Das ist der 4D Asset Oszillator und hier sind eben von Herbst bis Sommer 100% Aktien. Dieses Portfolio stelle ich vor, jede einzelne Aktie. Und heute geht es um ETM Power, aber bitte beachten Sie den Disclaimer. Das ist nur eine Information für die, die investiert sind oder die vielleicht investieren wollen. Oder die einfach wissen wollen, warum habe ich diese Aktie jetzt ausgesucht, warum finde ich die gut. Wenn Sie auf die Seite www.asset-oszillator.de gehen, dann landen Sie auf der Homepage, die sich gerade hier hinter mir aufbaut. Und dann sehen Sie hier bei Portfolio, wenn Sie da drauf drücken, dann landen Sie hier auf dem Portfolio. Und wenn gerade Aktienphase ist, von Herbst bis Sommer, dann sehen Sie das Portfolio hier oben. Sonst ist es unten und oben ist es Anleihenportfolio. Und hier sehen Sie alle Aktien, die im Asset Oszillator enthalten sind. Und heute geht es um ETM Power. Wenn Sie hier drauf drücken auf den Namen, dann landen Sie automatisch auf der Homepage von ETM Power. Und da sehen Sie schon, das ist ein Maschinenbauer. Die bauen Maschinen und Lösungen für grünen Wasserstoff. Also das ist der Maschinenbauer, der praktisch für die Unternehmen, die grünen Wasserstoff herstellen wollen, Anlagen bauen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man mal verschiedene Fondsmanager sich anhört, ich verlinke Ihnen hier mal das Interview mit dem Manfred Wiegel, dem Fondsmanager vom Green Benefit, der ja sehr auf Wasserstoff spezialisiert ist. Der kann, da sehen Sie in diesem Video genau, warum Wasserstoff eine ganz tolle Lösung ist für die Energiewende gegen Klimawandel und warum das ein ganz wichtiger Baustein ist, dem seiner Meinung nach, an dem man gar nicht vorbeikommen kann. Und wenn Sie es nicht wissen, mein erster Beruf war ja Chemiker. Also ich habe Chemie studiert und da war auch viel Physik und alles Mögliche dabei. Und diese Kenntnisse, wenn ich anwende, muss ich sagen, ja, das ist eine super Lösung, eine super grüne Lösung. Und es gibt ja auch schon Werke, die praktisch mit Windkraft oben in der Nordsee im Prinzip Wasserstoff herstellen. Den Wasserstoff dann eben gleich abfüllen in Tanks und dann weiter transportieren. Vielleicht wird es dann irgendwann mal auch Pipelines geben, weiß ich nicht. Aber das ist auch ein Punkt, die Hälfte unserer Gasversorgungsleitungen in Deutschland sind ja schon wasserstofffähig. Ja, das geht nicht mehr lang, dann können wir die Gasleitungen ersetzen und hier Wasserstoff reinfüllen. Also das ist ein ganz, ganz toller Träger, weil bei der Verbrennung einfach nur Wasser wieder rauskommt. Ich kann also Wasser spalten mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff und Wasserstoff dann bei der Verbrennung wieder zusammenfügen und daraus Energie, Wärme, Energie gewinnen. Oder auch kalt wieder Strom gewinnen. Das ist ja das Tolle. Also ich kann den Prozess auch einfach umdrehen. Insofern glaube ich auch daran, dass Wasserstoff einer der Zukunftsenergieträger sein wird. Und da ist ETM Power ein Maschinenbauer, der die Werke dafür baut, die Maschinen dafür baut, dass man grünen Wasserstoff herstellen kann. Ja, deswegen habe ich es ausgewählt. Finde ich ein ganz, ganz tolles Thema. Und jetzt gucken wir uns doch mal das Unternehmen von der anderen Seite an. Nämlich, wenn Sie hier auf die ISIN drücken. Sie sehen an den zwei Buchstaben GB. Es ist ein britisches Unternehmen. Dann landen Sie hier bei OnVista. Sie können die ISIN natürlich auch nehmen oder den Namen eingeben. Jeglich andere Seite, wenn Sie sich das Unternehmen anders angucken wollen. Und da sehen wir in ETM Power Marktkapitalisierung 391. Also es ist eher ein kleines Unternehmen. Unternehmen, Dividende 0, KGV ist ein Strich, Gewinn, da ist ein Minuszeichen. Das heißt, es gibt kein Gewinn im Moment. Es ist ein Verlust. Und wenn wir uns mal die Zeitreihe anschauen, dann sehen wir, dass das Unternehmen noch überhaupt nicht in der Gewinnzone ist. Das Wachstum, das ist kein Gewinnwachstum, sondern das ist ein, ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort gibt, also eine Verlustverringerung. Ja, also hier 156% plus Gewinnwachstum, da ist der Verlust von minus 0,03 pro Aktie auf minus 0,09 hochgegangen. Na, warte mal, das kann nicht sein. Der Gewinn geht hier, der Verlust geht hoch, dann kann hier nicht 156. Das bezieht sich auf andere Daten. Auf welches Jahr bezieht sich das jetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Zeile können Sie sowieso komplett vergessen. Das ist Verlust, 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 Verlust. Hm, okay, das hört ein Investor in der Regel nicht gerne. Am liebsten haben wir ja Gewinne, die jedes Jahr um 20% steigern. Das wäre uns am liebsten, die Dividende auch noch. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein typischer Wachstumstitel. Das heißt, hier setze ich dran, dass die Branche wächst, dass das Unternehmen wächst und in die Gewinnzone kommt. Und wenn das der Fall ist, dann werden die Kurse richtig explodieren. Die 0% Dividende finde ich extrem positiv, denn wenn ein Unternehmen Verlust hat und auch noch Dividende ausschüttet, dann ist es nur eine Lockung, denn es sind keine Gewinne da. Das heißt, die Substanz wird verringert. Das heißt, das Unternehmen verkauft oder Cash-Position oder gibt Geld weg, um Dividenden auszuzahlen, aus der Substanz, aus den Vermögenswerten. Und das ist eigentlich nicht gewünscht. Die sollen investieren, die sollen wachsen. Genau. Dividendenrendite gibt es nicht. Kurs Cashflow ist auch schlecht, logischerweise. Umsatz. Da war mal Wachstum hier 21 und 22 auch nochmal Wachstum. Dann ging es jetzt wieder ein bisschen weg. Also vom Umsatz. Der Umsatz liegt hier bei 5 Millionen. Ja, das sollte auch noch mehr wachsen. Also da sehen wir schon eher, dass wir hier stetigen Wachstum haben und darauf spekulieren natürlich die Investoren und ich auch. Dass der Umsatz so wächst, dass dann irgendwann Gewinn rauskommt. Zumal die Branche ja auch wächst. Das Kursbuchwertverhältnis 1,24 ist super. Das heißt, wenn man jetzt investiert, also ich habe investiert im Herbst, ich habe 80% meiner Investitionen sind durch Vermögenswerte gedeckt aus der Bilanz. Das ist gut, das ist günstig. Am Kursbuchwertverhältnis ist das Unternehmen günstig. Und jetzt kommen die tollen Sachen 73% Eigenkapitalquote. Das ist viel. Das heißt, wenn jetzt noch ein paar Verlustjahre kommen, dann verringert sich die Eigenkapitalquote, wie wir hier ja schon sehen. Die war ja schon bei 68% zwei Jahre und ist jetzt auf 73% gesunken. Das heißt, um 13% ging die Eigenkapitalquote runter. Oder wenn das jetzt nochmal der Fall ist, zwei Jahre minus, dann geht die Eigenkapitalquote auf 60%. Das ist immer noch gut. Also von dem her sind da die Investoren relativ entspannt, weil sie einfach die Zukunft sehen. Nämlich in zwei, drei, fünf oder gar in zehn Jahren, weil sie glauben. Und ich bin dabei, dass das Unternehmen in der Branche gut dasteht und wachsen wird und auch in die Gewinnzone kommen wird. Dann schauen wir uns, die Eigenkapitalrendite brauchen wir eigentlich nicht angucken. Wenn ich keine Gewinne habe, habe ich auch keine Eigenkapitalrendite. Das ist alles nicht da. Das ist ein typischer Wachstumstitel. Hier will man recht früh dabei sein, die Investoren. Auch wenn noch Verluste sind, will man früh dabei sein, weil man hier sozusagen eine Microsoft kaufen will, wenn sie noch in der Garage ist. Wenn ich das mal so als Metapher benutzen darf. Gehen wir mal aufs Unternehmen selbst. Hier ist nochmal eine Beschreibung, was die machen. Haben wir besprochen. Also die machen praktisch die Maschinen für grünen Wasserstoff. Und wer ist da investiert? Und da sehen wir, Linde ist mit 16% investiert. Das ist eine Beteiligung. Und wenn Sie bei Linde gucken, die haben ja einen gewissen Prozentsatz an Wasserstoff, weil sie hier investiert sind. Ja, die haben hier also große Anteile. Und das bedeutet, wenn es jetzt ein Jahr länger schlecht läuft, sage ich mal, und Verluste da sind, dann wird Linde zuspritzen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie richtig gut sind. Dann haben wir auch aber verschiedene externe Investoren. Die Commerzbank ist investiert. Die hat wahrscheinlich den Börsengang gemacht und hat ein paar Aktien behalten. HSBC Trinkhaus ist da. Dezettbank ist investiert. Akatis ist investiert. Der Dr. Leber, von dem habe ich auch den Tipp bekommen, sozusagen, dass das eine gute Idee ist. Green Benefit habe ich schon erwähnt. Wie gesagt, ich habe das Video verlinkt. Hören Sie es mal an, was der zum Thema erneuerbare Energien und Wasserstoff sagt. Also ganz tolles Interview. Ja, also da sind Rubeco Schweiz. Blackrock ist auch dabei. Da ist man guter Gesellschaft als Investor und ich bin davon überzeugt, dass hier noch ganz viel Musik drin ist in dem Chart, der jetzt natürlich nicht so toll aussieht, aber auch schon mal ein bisschen zeigt, wo es langgehen kann. Also im Moment, das letzte Jahr war ja 23 und Anfang 24 kein gutes Jahr für erneuerbare Energien, für kleine Unternehmen generell. Die hinken den Großen hinterher. Die Anleger sind alle auf die Großen gesprungen. Das wird nicht so bleiben. Und wenn wir mal zehn Jahre gucken, dann sehen wir hier, wow. Ja, da gab es irgendwie um, das waren die Jahre, wo der Umsatzwachstum kam und dann schießt die Aktien. Dann gab es noch Wasserstoffhype, ja auch noch hier 2020, 19 hier. Da war ein großer Wasserstoffhype, aber hier Umsatz, da kam die Fantasie der Anleger und da hat sich das, ja, versiebenfacht. Also enorme Entwicklung und das sehe ich auch in der Zukunft. Das heißt, entweder haben wir einen Wasserstoffhype, dann gehen plötzlich viele wieder rein in die erneuerbaren Energien. Wenn mal wieder Klimazahlen rauskommen und gute Nachrichten für die Branche kommt, dann wird es nach oben gehen. Oder natürlich auch besonders, wenn die Gewinnzone kommt und die Gewinne sich steigern, dann wird das in diese Richtung schießen. Das heißt, das ist so ein Wachstumstitel, von dem man schon erwartet, wenn ich jetzt gar nicht meine Meinung, sondern die Meinung verschiedener Fondsmanager repräsentiere. Hier ist Faktor 10 bis Faktor 100 in den nächsten fünf bis zehn Jahren genannt worden. Ich würde mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das sind ja immer so Prognosen, aber nur damit Sie mal hören, was da so diskutiert wird an Anlegerforen. Und das sind Profis, die das sagen, jetzt nicht irgendwie Privatanleger. Okay, das war's. Also Sie sehen, Moment, jetzt bin ich zu viel gehüpft, aber schauen wir, wir sind durch mit dem Titel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020